Mehr als 800 Schülerinnen und Schüler in Lauchhammer sind an diesem Montag ins neue Schuljahr gestartet. Erstmals dabei waren auch 120 ABC-Schützen aus der Kunstgussstadt. Sie konnten schon am Samstag Schulluft schnuppern und gespannt in ihren Schultischen Platz nehmen. In einer fast drei Jahrzehnte andauernden Tradition überraschten die Floriansjünger aus Lauchhammer-West die Schulanfänger. Sie holten 25 Kinder von der Feierstunde im Kulturhaus Lauchhammer-Mitte mit dem Feuerwehrauto ab und fuhren sie mit Blaulicht und Tatütata in ihre Schule. Doch nicht nur die Kinder fuhren mit der Feuerwehr. Auch die an diesem Tag heißgeliebte Zuckertüte kam mit Tatütata in der Schule an. Sehr zur Freude der ABC-Schützen.